Ich bin der Ivan, bin schon seit 2007 bei DLKD und ich bin jetzt in der Position Senior Developer hier. Tagtäglich bin ich mit Tipo3 und Extension programmieren und ab und zu mal Serveroptimierungen beschäftigt. Ja, ich bin als ein Speaker vor Ort zu sein. Es wird um die zukünftige Direct Mail und was kann man da noch in der Extension was machen. Ich werde freuen über was Neues von der Tipo3. Die neue Tipo3.6.2 Version ist ja gerade gereleased. Da wird bestimmt was Neues noch dazu kommen. Und dann die neue Tipo3 Version, die Neos. Das ist auch mal ganz frisch. Da würde ich mich ganz freuen, was Neues davon mal mitzunehmen. Ein Gigtipp wäre mein Fitnessarmband, der vibriert dann jedes 15 Minuten und erinnert mich aufzustehen, rund zu laufen und nicht nur am Rechner zu sitzen. Juhu! 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 Juhu!